Die Entdeckung des Noble Teams heute Nacht war keine Anomalie. Große Allianz-Einsätze wurden nicht registriert. Und jetzt werden wir auf dem Beheri-Territorium angegriffen, samt orbitaler Verteidigung. Wir befolgen den Notfallplan Winter und kontern an allen Fronten. Das Noble Team hat außerdem hochentwickelte Tarnvorrichtungen der Allianz entdeckt. Und eine mögliche Landezone für weitere Allianz-Einheiten lokalisiert. Deren Ursprung ist noch unklar. Die Landezone wurde vom UN-Einsatz. Sie ist der Priorität eingestuft. Die Zündung wartet nur auf uns. Verstanden. Sie sehen den Pylonen an. Detonation in drei, zwei... Achtung! Haltet euch wieder fest! Sechs! Hörst du mich? Sechs! Alles okay? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Bin auf dem Weg. Kat! Sechs! Schadensbericht! Lohnen erledigt! Nehmen den Hügel hoch! Willkommen zurück bei Halo Reach! Wir sind hier ganz schön da drüber, hier am Anfang. Sofort. Das ist eine der neuen Waffen. Ähm... Ja, das ist ein Granatwerfer. Wenn man schießt und dabei gedrückt hält, dann explodiert die Granate, wenn man loslässt. Ich muss aufpassen, dass... Ich muss aufpassen, dass mich das Geschütz hinten nicht... ...ähm... ...anschießt. Und hier sind so viele Leute gerade. Gut gemacht, Kat! Du kannst ja auch Granaten werfen. Sehr schön. Das kannst du öfters tun. Du hast ja mehrere, hoffentlich. Ich habe leider mit den... ...mit den Granatwerfern nicht viel getötet. Der kann mich eigentlich glücklich beschießen. Da ist der Felsen mich noch im Weg. So lange du nur Kat beschießt, ist mir das scheißegal. Ganz ehrlich. Aber es... ...ist trotzdem gefährlich. Ich klicke ihn da nicht weg, natürlich. So, hier sind wir erst mal so los. Ich brauche eine Plasma-Pistole. Den haben wir auch. So, jetzt müssen wir gucken, wie viele von den Kack-Grunts noch da sind. Und ob die vielleicht versuchen, den Dings wieder zu besetzen. Was sie natürlich versuchen. Und der schwere Beschuss vom Geschirr. Ist der leer? Scheint so. Jetzt müssen wir halt wieder aufpassen, dass der nicht neu besetzt wird. Achtung, Kat. Der MND hat zwei feindliche Flaks südwestlich deiner Position ausgemacht. Verstanden, Commander. Wie ist es? Schalte die Flaks aus. Alles klar, wir haben das auf jeden Fall schon mal erledigt. Ich brauche jetzt nur noch eine neue Plasma-Pistole. Die DMR kann ich wegschmeißen. Die brauchen wir nicht mehr. Übernimm den Warthog, 6. Beziehungsweise, da kriegen wir nichts mehr für. Immer herein. Danke. Fahr nur nicht zu wild. Ich mach den Rest. Ja, Kat ist hinten. Und jetzt muss der Typ nur noch einsteigen. Bein Feuer versetzt. Der hat natürlich ein schönes Erschüttungsgewehr. So, was finden wir denn hier noch? Hat einer von euch noch Granaten hier rumliegen? Also normale Granaten. Die wären nicht schlecht, wenn man sie hätte. Hier wurden wir ja gleich am Anfang an die Griffen von Banshees. Wäre ich da nicht sofort weggerannt, wäre ich tot gewesen. Sofort. Also, da muss man sofort reagieren. Wenn man es nicht kennt, dann stirbt man meistens eigentlich auch. Also zumindest, wenn man auf Legendär spielt, kriegt man dann hier noch Schaden rein. Schoden. Schoden. Dein Schoden soll es nicht sein. So, was haben wir jetzt eigentlich als Waffe hier? Naja. Die Show kann beginnen. Weißt du was? Notfalls die Waffe haben ist besser als genug Munition. Das ist besser als gar nichts. Aber erstmal kommen Schakale mit Nadelgewehr. Da muss ich denn... Da kann ich denn gleich die Waffe... Äh, äh... Wechseln. Ich muss erstmal was gegen die Schakale tun. Alter, steig sofort wieder ein. Steig sofort wieder ein. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Ja, ja, ich weiß. Den habe ich schon kurz angelockt. Damit der zerstört wird. Kurz zwar... Steht aufladen. Komm, jetzt dürfte er doch aufladen. Die Raketen sind nicht besonders stark, wie man sieht. So, eins von zwei. Ja. Was ich jetzt gerne hätte, wäre, dass mein Beifahrer auch weiblich wäre. Der hätte mal hier so eine... So ein Frauentrio. Wir spielen ja immer noch eine Frau. Ich habe ja gesagt, wir spielen jetzt nur noch als Frau. Wir sind weiblich und tödlich. So, solange es nur der Ghost ist. Und nicht der Revenant da hinten. Oh, oh, der Revenant kommt, aber... Ja, er hat es kapiert. Können wir das nochmal machen? Nee, wir gehen ganz hinten rum. Ich habe eigentlich gehofft, dass der Ghost da mitkommt. Normale Waffen haben keinen Effekt auf die Flax. Sie sollten die inneren Brennstoffzellen neutralisieren, Lieutenant. Nein! Stell dir vor! Ja, die Flax sind im Prinzip fast wie Scarabs. Naja, haben auch so einen Kern in der Mitte, auf den man dann schießen muss. Um ihn zu zerstören. Aber das lassen wir erstmal noch unbeachtet. Wir kümmern uns erstmal hier drum um die Plattform und die Leute da drum. In der Flax wartet dann wieder ein General Stinkefuß. Beziehungsweise Arschfuß. Aber meistens wird er zum Stinkefuß, weil er mich dann trotzdem irgendwie tötet. Aufpassen, dass ich hier an der Seite bloß nicht von irgendwelchen Raves getroffen werde. Das Zufallsmall oder Wander... Oh, verdammt! Nein, schnell, schnell, schnell einsteigen, bevor der Revenant kommt. Oh, ein Glück schießt der Idiot nicht. Ein Glück! Er hat es wahrscheinlich nicht gesehen, weil wir hinter einem Hügel standen. Dann reagieren die auch manchmal nicht. Wenn sie es nicht sehen, reagieren sie nicht. Trotzdem müssen wir von der anderen Seite kommen. Weil der kann über Hügel schießen, wir nicht. So, sehen wir ihn schon. Ist für mich eine der beschissensten Missionen. Also ich mag die echt wenig, weil sehr viele Stellen einfach... ...ziemlich... ...kacke sind. Für mich. Also, sehr zu meinen Nachteil. Nichts, dass es nicht mehr so einen Nachteil ist. Geht doch, was ist ja so gut, wieいき. Warum nennt man das denn dreifach totsetzen? Keine Ahnung, weil drei Plätze drin sind, drei Plätze hat man und man kann dadurch drei Leute? Irgendwie fehlt mir hier jemand. Ist hier nicht manchmal ein Special? Oder ist er abgehauen und ist schon in die Mitte gefahren, muss ich sagen. Hier oben ist doch... Cat? Wenn ich Cat wäre, würde ich jetzt sowas von raufballern. Wir sind in sehr, sehr sicherer Entfernung. Ja. Das war eigentlich nicht so geplant. Muss ich euch jetzt... Verdammt. Muss ich euch erstmal runterschieben, wa? Ne, ich muss euch erstmal runterschieben. Soldat! Scheiße, du... Verdammt. Ich hab sie verpackt. Ha, ha ha ha! Ja komm! Ja komm hierher! Äh, Freude mit NPCs. Darf ja ein Halo nicht fehlen! Ja, soll's auch Ich möchte nicht auf dir rumlaufen Ich möchte, dass du Du übrigens auch Den darf ich ja nicht schlagen, sonst stirbt er Cat ist unsterblich Oh, oh, nein Rollentausch Verdammt Cat, warum reagierst du denn gar nicht? Nein Jetzt muss ich erstmal versuchen, die Sie ist auf Kampfgewicht So Haben wir das erstmal wieder Haben wir das erstmal wieder gefixt Und es gibt gleich einen Kontrollpunkt dafür Danke Brauche ich es nämlich nicht nochmal machen Sehr schön Möglichst viel leichter töten Bei General Aschus macht man am besten Platt, wenn er allein ist Ansonsten ist ja ein Problem Ist ja normal, dass die Probleme sein sollen Sind ja nicht umsonst Feldmarschall Typisch Goldene Da ist er Boah Aber wie gesagt Die machen nicht viel Schaden Der kann die ganze Salbe davon kriegen Die komplette Salbe kann ihn treffen Und er wird es überleben Genau Die Deppen Die blöden Kackruns mit ihren Plasma Dings Pistolen Sind eigentlich das größere Problem Die musste erstmal loswerden Dieser Kackhügel Sehr schön Da explodiert der ganze Kack Weil General Aschus Ein Erschütterungsgewehr natürlich hat Kann ich da nicht einfach Einmaschinen Der kickt mich nämlich einfach um Beziehungsweise die Plasma Pistolen Ersche Die halten mich mal kurz auf Und fertig ist Da hat General Aschus Glaubt gerade seine Kompetenzen überschritten Weil die haben wir Äh Gerade getötet glaube ich Das war er doch Das war er doch Ach verdammt wie ich nicht treffe Ach scheiße Ich hab ja Die Munition von denen gar nicht eingesammelt Ich nehm den Beifahrersitz Ach das ist natürlich schlecht Jetzt hab ich die Munition von denen Typisch gar nicht eingesammelt Oh Da kommt schon den ihr Äh Puh Oh Alter Den ihr Kack Unterstützungsbombardement Von Rays aus dem Hintergrund Da läuft übrigens ein Scarab Scarab Skarab 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 Das war so knapp Ich hasse es Von irgendwas zu sterben Was man Nicht einschätzen kann Eigentlich Sehr schön Der Rest ist doch eigentlich lapidar Ja ich bin getroffen Nicht schießen Nicht schießen Was hat mich da getroffen Das Generalschuss doch noch anleben Oder was war das War da nicht noch einer im Leben Da ist auf jeden Fall Generalschuss Der da rumliegt Tod So wie es sein soll Glückwunsch du hast es Überlebt Bisher Wo liegt denn deine Waffe Die bräuchte ich jetzt mal Alles einsteigen Zentrale 2 Lima 4 Erlaubnisbombardement zu starten Kurs auf 224,6 Over Vernichtern Vernichtern Ja das ist doch geil Deswegen wir mal ein bisschen Unterstützung Kopf Jetzt mal Das Bombardement Hat da aufgehört Gab es hier nicht Einen Schrank Wo hier Raketenwerfer drin ist Oh hier gibt es Einen Schrank Oh Oh 80 ist okay Oh schön bequem Jetzt ist das Ding da Moment 85 100 Der Was ist das Major Grunt Oder auch immer Auf jeden Fall sehr niedrig 90-rängiger Grunt Die man so gut wie gar Nicht mehr sieht Wenn man auf Legendär spielt Mit Gewitterschädel Der liegt da irgendwie Immer und hat Immer eine 100 da Schön Die hat noch gar nichts Getötet Ja das ist ein Rave Ja das ist ein Rave Ich weiß Das ist ein Rave Deswegen fahre ich Einmal immer rum Der Feuer hat da immer blind Links runter Wir müssen aufpassen Dass wir hier unten Nicht hinpacken Die Brücke ist ja schon da Was mit dem Rave Da schwebt noch der Phantom rum Der natürlich auch auf uns Schießen könnte Was der irgendwie nicht Richtig macht Stattdessen sind da nur Drei Schakale mit Nadelgewehr Die da auch immer sind Und die immer nerven Sag mal Der Toll Der ist da oben Kannst du mal Irgendwie auf den Da oben schießen Wir müssen hier noch Los werden Baller Du kannst doch ballern Wie wild Ja der Ine Schakale Ist jetzt auch weg Ne wir fahren lieber So rum Die Gefahr sonst hinzufliegen Ist mir zu groß Außer die habe ich hier mehr Überblick Schieß 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 Ach fuck Ich komme nicht an den Rave ran Rave Ich Ich Musste erst den Phantom Zerstören Das ist das Problem Ansonsten kommt der Rave Nicht runter Aber wenn Cat mal schießen würde Schieß Cat Ich hasse das Es liegt doch nur daran Dass ich nicht schießen will Auf Distanz Das ist auch Das ist auch anders mal Das ist auch manchmal anders Manchmal schießt du Manchmal schießt du Nicht Und deswegen muss ich hier meine Runden drehen Und der ist immer noch ganz So So Jetzt fahren wir mal anders rum Wir haben Den Rave jetzt mal aus der Reserve gelockt Den Phantom sowieso Sieh auf den Phantom Meine Fresse Bist du doof Warum stellt die sich denn jetzt so doof an Bin ich von ihr jetzt nicht gewohnt Dass die so doof ist Nach oben zieh in meine Fresse Was ist denn mit der los Wenn man zuerst den Rave flert Ist mir doch echt scheißegal Normalerweise wäre Wer Wer schon längst zerstört Eigentlich Der Phantom Boah Normalerweise Heik den von hier aus zerstört Zerstört den Der lässt Oh noch davon kommen Oder was Ach Fuck Schnauze Ziel du mal Und schieß Die Show kann beginnen Ist gesichert Wow Der Beifahrer ist doch ein Leben Das Ist Ehrlich gesagt Selten Dafür hat Sie mir echt viel Zeit gekostet Und mir ist die Hand eingefend Was Ja Ich Es wird S W м